Musik Wir wohnten bei meinem Onkel im Haus. Das Haus steht noch. Am Kasach-Friedrich-Ring. Das gehört jetzt dem Landratsamt. Da haben wir gewohnt. Der Onkel meines Vaters war Pferdehändler. Leo Kahn. Jude. Können Sie sich noch an die Ereignisse um die Pokromnacht erinnern? Ganz genau. Ein fürchterliches Geschrei von den SA-Männern. Da wurde alles zerschlagen. Und uns unterm Dach haben sie nicht gefunden, Gott sei Dank. Mein Onkel und meine Tanten haben alles kaputt geschlagen. Mein Onkel kam nachher rauf, als sie weg waren, und hat meine Tante und meinen Onkel behandelt, genäht. Die haben die Stuhlbeine auf den Kopf geschlagen. Die Stuhlbeine auf den Boden Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der hatte Kummer und Sorgen um uns.